So wie ich das sehe, wird der fliegen. Ja, gehst Richtung Siegburg raus im Augenblick. Dann hast du Gegenwind. Nicht so hoch, nicht so viel ziehen. Nicht ziehen. Ein bisschen Schwanz lässt ihn noch. Oder hochgetrimmt. Wie viel Gas hast du? Schön. Ich glaube, die Einstellwinkelkorrektur gestern war nicht verkehrt. Ich glaube, nie Riefer war Nabok Nerd Nicht so hoch, nicht so viel ziehen, nicht ziehen, wie viel Gas hast du? Schön. Du fliegst aber so gerade aus, ne? Ja, gut, so ja, dann so mit Viertel Gas erstmal an den Platz rangehen. Jetzt noch ein bisschen weniger. Der kommt schön. Lass ein bisschen Fahrt, noch ein bisschen Fahrt lassen. Ja, lassen. Gut gegangen, schön. Vor allem die großen Rädchen, das ist schon ganz gut. Schön. So, jetzt mal links rum. Ja, hab ich mir gedacht. Da geht er enger, ne? Ja. Lass uns gleich mal den Seitenhude angucken, wenn die Neutralstellung ist. Die macht doch auch billiger, die neue Rechtskurve, ne? Ne? Die Rechtskurve nimmt dann die da sogar. Obwohl, Seitenzug hast du ja genug drin eigentlich. Ja, ja. Ja. Warum sitzt du nicht drin? Ein bisschen Gas musst du stehen lassen. Kommt ein bisschen näher auf uns zu. Gut. So, ja. Schön. Gut. Und jetzt hinsetzen. Schön. 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 Schön.